Mein Name ist Dennis Janssen und als Diplom-Fitnessökonom und über 15 Jahren Erfahrung als Personal Trainer und Fitnesscoach unterstütze und trainiere ich Menschen unterschiedlichen Alters bei ganz unterschiedlichen Zielsetzungen. Vor 10 Jahren habe ich das Bodycheck Lizenzsystem gegründet, eines der ersten Functional-Club-Systeme in Deutschland, wo wir mittlerweile über 4500 Leuten zu einem gesünderen Lebensstil verholfen haben. Unter anderem helfen wir dort auch anderen Trainern, sich mit einem eigenen Fitnessstudio-Konzept selbstständig zu machen. Und persönlich habe ich mich in ganz unterschiedlichen Bereichen weiterentwickelt, im Bereich Ernährung, Prävention, Athletiktraining oder auch Motivation. In meinen Studios, die sich auf Kleingruppentraining und Personal Training konzentrieren, konnten wir sehr viel in den letzten Jahren über das Verhalten und die Herausforderungen unserer Kunden lernen. Wir haben so ziemlich alles an Beschwerden, Krankheitsbildern und Zielsetzungen bereits gehabt und konnten daraus Muster ableiten, die offensichtlich bei vielen Menschen gleich sind. Dem meisten fällt es schwer, Ernährung und auch Training in den Alltag zu integrieren. Wir haben ein System entwickelt, welches auf bestehende Routinen zurückgreift. Das macht Spaß, ist abwechslungsreich und hält die meisten Leute dauerhaft motiviert. Das Training ist ein Mix aus Physiotherapie und Athletiktraining und beinhaltet Elemente aus den Bereichen Herz-Kreislauf-Training, Muskeltraining, Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit. Und erst, wenn wir in diesen Bereichen gut und ausgewogen trainiert sind, dann sprechen wir von einem gesunden und leistungsstarken Körper. Und das ist speziell unserer Zielgruppe wichtig. Wir haben viele Selbstständige und Unternehmer, die den Ausgleich suchen und mal wieder richtig fit werden wollen. Außerdem Manager, die abnehmen wollen oder müssen. Und viele andere motivierte Menschen, die einfach sagen, Hey, ich suche mal wieder die Möglichkeit, gesund und fit zu bleiben oder zu werden. In einem kostenlosen Erstgespräch, den wir uns nicht nur persönlich kennen, sondern sprechen auch über deine Zielsetzung und den Weg, dieses Ziel zu erreichen. In einem zweiten Termin machen wir dann verschiedene Tests mit dir, um zu gucken, wie die Ausgangsbasis ist. Dazu gehört zum Beispiel eine Blutdruckmessung, eine Körperfettmessung und wir messen beispielsweise auch deine Umfänge. Darüber hinaus machen wir noch einen funktionellen Krafttest, um zu gucken, ob du alle Bewegungsabläufe machen kannst und ein Ausschnitt vom Functional Movement Screen, ein weltweit anerkannter Beweglichkeitstest, der aussagt, ob du verletzungsanfälliger bist für bestimmte Sachen. Daraufhin erstelle ich dann einen Plan für die nächsten Trainingseinheiten. Und obwohl wir uns auf Fitness und Abnehmen spezialisiert haben, können wir natürlich auf orthopädische Beschwerden, wie ein Bandscheibenvorfall oder ein Impingement-Syndrom in der Schulter Rücksicht nehmen. Wir sind zeitlich flexibel. Wir können bei dir zu Hause, im Garten, im Park oder auch in unseren eigenen Sportstudios trainieren, so wie es für dich am einfachsten ist. In meinem Team sind mehrere Personal Trainer, sodass wir auf zeitliche Wünsche besser eingehen können und du dir sogar noch einen Trainer aussuchen kannst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Training zu starten. Du kannst eine Einzelstunde buchen oder mit einer Zehnerkarte loslegen. Trainierst du mit deinem Partner zusammen, ist das natürlich pro Person ein bisschen günstiger. Kommst du zu uns ins Studio oder fahren wir zu dir nach Hause? Auch das macht einen kleinen Unterschied. Deswegen ist unser Vorschlag immer, wir treffen uns auf ein kostenloses Erstgespräch und gucken dann, dass du alle Informationen bekommst, um dich letztendlich zu entscheiden. Du kannst mich anrufen oder einfach nur WhatsApp oder eine E-Mail schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen und mein Team und ich dich bei deinen Zielen unterstützen können. Wir haben in den letzten Jahren viel arbeiten müssen, worunter unsere Gesundheit sehr gelitten hat. Und ich bin jetzt im Ruhestand und möchte auch was davon haben. Also müssen wir etwas tun. Aufgrund meiner gesundheitlichen Einschränkungen wollte ich nicht irgendwo trainieren gehen. Schon nach kurzer Zeit habe ich deutlich abgenommen und bin auch reichlich beweglicher geworden. Inzwischen haben wir auch unsere Ernährung umgestellt, was total klasse ist, weil wir fühlen uns einfach besser. Ich habe gemerkt, dass ich neben all der Bürotätigkeit und den Terminen einfach mal wieder den Kopf frei bekommen musste. Und für mich selber auch gemerkt habe, dass ich viel unbeweglicher bin als vor früher. Und auch deutlich zu viel auf der Waage habe und da einfach ein paar Kilos verlieren möchte. Die Schwierigkeit ist einfach, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Neben all den Terminen, neben der Arbeit im Büro. Und da sind die Ansätze, die Dennis mit seinem Personal Training liefert, einfach super. Und ich konnte für mich einfach auch schon mein erstes Ziel erreichen und habe in einem Jahr Training schon eine gewisse Anzahl an Kilos verloren. Ich brauchte feste Termine und jemanden, der mich motiviert. Mein Ziel ist es, so fit zu sein wie vor den zwei Schwangerschaften und nächstes Jahr im Triathlon zu laufen. Das Ernährungsprogramm ist einfach umzusetzen, die Trainings abwechslungsreich und die Trainer gehen immer gut auf meine neue Tagesform ein. Das ist mir super wichtig. Das ist mir super wichtig. Musik